ja grüß euch leute hallo und herzlich willkommen zu neuen video von unserem kanal heute wollen wir uns mal das thema crank dual mining anschauen das bedeutet wie ihr mit eurem helium hotspot crank zusammen meinen könnt das heißt hier im hotspot kann dann helium zum einen meinen und dann auch noch mal crank ihr habt euch das video gewünscht das heißt wir zeigen euch heute mal im schnelldurchlauf wie das ganze funktioniert wie ihr dementsprechend auch ein helium meiner als crank man umstellt was euch der ganze spaß letztendlich kostet was ihr damit verdienen könnt ja auch die einzelnen punkte gehen wir jetzt ein von daher würde ich sagen wir starten einfach mal rein ja bevor wir jetzt ins detail reingehen gleich eins vorweg es ist hier wie bei allen eine investition erforderlich von ein paar kathena also ihr braucht ungefähr 250 bis 300 kathena um da mit teilzunehmen an der ganzen geschichte denkt immer daran dass halt eben euer kapital da im hohen risiko ausgesetzt ist falls das projekt doch baden geht ist halt eben auch eure kohle weg nicht dass halt im crank dann doch nichts ist für euch und die kohle ist halt eben weg seid euch dessen stets bewusst wenn ihr irgendwo was investiert seid ihr bitte vorsichtig ja do your own research informiert euch bitte noch mal zusätzlich selbst wir machen hier nur rein die technische abwicklung beziehungsweise wie das funktioniert ja wir starten ganz einfach mal rein für alle die crank nicht kennen wir haben einige videos über crank schon produziert guckt euch einfach mal die videos an wir gehen da in sämtliche details letztendlich rein wir wollen jetzt nicht noch mal vom uhrschleim anfangen das wird halt eben auch die die also beziehungsweise die länge des videos sprengt ja damit es losgeht geht geht ihr auf die seite crank.io link packe ich euch in die video beschreibung könnt einfach draufklicken und los geht's und zwar geht wir in den beta modus das heißt crank befindet sich im beta modus und ihr geht dann hier unten auf joint beta das bedeutet hier findet ihr dementsprechend noch mal eine schritt für schritt anleitung wie das funktioniert ich mache einfach mal ein rechtsklick übersetzt uns das mal ins deutsche damit es halt eben für alle ein bisschen besser ist von daher oder beziehungsweise auch das nachzuvollziehen ja als allererstes ist es so dass ihr euch in die beta water liste eintragen müsst ja das geht halt eben nicht anders das zeige ich euch jetzt mal hier dazu muss ich in den anderen browser mal schnell rein switchen weil wir uns schon angemeldet haben und zwar wenn ihr auf joint beta klickt beziehungsweise ich muss hier noch mal so get personal code dann wird quasi diese seite hier geladen seht ihr hier eure anmeldung sozusagen für die waiting list wenn ihr jetzt auf crank und drauf klickt seht ihr hier ihr sucht dementsprechend euren meiner aus den ihr habt ja ihr seht halt dementsprechend hier die auswahl klickt dann dementsprechend drauf wir nehmen jetzt einfach mal ein kontrolino v1 ja dann klickt hier unten auf ok dann wird hier abgefragt wie viel kontrolinos habt ihr wir haben zum beispiel ein dann geht ihr hier dementsprechend weiter hier gibt eure land ein und so weiter und so fort das heißt das sind ein paar fragen die hier beantworten müssen zum schluss gibt ihr eure e mail adresse ein und das war es auch schon für die vorregistrierung also das ist nichts wildes bis jetzt was das thema angeht geht einfach diesen assistenten durch ja und dann zum schluss die e mail eingeben das ist wichtig die e mail müsst ihr eingeben weil da bekommt ihr schon mal euren code den ihr dann letztendlich zum registrieren braucht ja von daher ganz ganz wichtig klickt darauf geht diesen assistenten durch und dann bekommt ihr auch die e mail mit eurem code ihr müsst natürlich vorher noch die e mail bestätigen von crank das heißt sie bekommt eine verifizierung e mail bestätigt die und dann bekommt ihr euren crank code zugesendet ihr braucht zwei codes insgesamt eine von bekommt er per e mail wo er den zweiten code her bekommt zeigt man euch auch gleich ja genau also dieser botschafter code ist ein paar code zeigt man euch gleich wo ihr den her bekommt und zwar ihr könnt entweder hier draufklicken da gucken wir gleich mal hin beziehungsweise das dann dementsprechend im discord das heißt ihr habt jetzt per e mail euren ersten code bekommen den braucht ihr und dann bekommt ihr hier über diesen discord channel euren zweiten code wir gehen einfach mal rein und zwar der assemble code bekommen wir hier in der region deutschland von das beziehungsweise der code ist crank champ dahinter steckt der offizielle deutsche partner von crank das bedeutet es gibt einen richtigen deutschen ansprechpartner dafür also ihr könnt ihr entweder hier im discord mal schauen packe ich euch auch gern noch mal in die video beschreibung und oder ihr guckt mal auf die webseite von den jungs das ist im segment die seite das bedeutet hier gibt es nicht nur crank meiner zu kaufen beziehungsweise du meine hier gibt es auch die mo ich weiß nicht ob das schon mal gehört hat ist auf jeden fall auch eine gute geschichte hier geht es also explizit um das thema tool mining das bedeutet ihr könnt im segment könnt ihr direkt einen fertigen crank manor kaufen das bedeutet da kostet aktuell 399 euro für all diejenigen die jetzt nicht so technik affin sind die sich das nicht zutrauen die den hotspot auseinanderzubauen die sd karte zu flashen und so weiter und so fort könnt ihr fix und fertig einen meiner für 399 euro kaufen ihr braucht halt eben noch eine lizenz dazu das wird hier alles beschrieben ich packe euch das auch noch mal in beschreibung rein den link zu den jungs und wie gesagt das ist der offizielle deutsche partner und die dürfen auch dementsprechend fix und fertig gekränkt meiner verkaufen ja wie gesagt link ist in der beschreibung lest euch das mal durch die community ist gut von m champion ja und auch die jungs wenn er fragen sind wie gesagt link ist in der beschreibung ja genau und zwar den code habe ich euch gerade gezeigt seht ihr hier rank jam das ist den code den ihr dementsprechend dann braucht wenn ihr die lizenz kauft also das wird dann themen sprechen angefragt gucken muss auch noch mal gleich mit der sport an ansonsten genau wir gucken jetzt ins dashboard rein das ist relativ wichtig benutzer dashboard von crank da müsst ihr euch zum ersten anmelden das heißt ihr geht auf das crank dashboard ihr seht bei mir sieht das so aus wir sind schon angemeldet eröffnet einfach die seite der sport punkt crank punkt seht ihr hier und so sieht das aus und jetzt wird dann beim ersten mal abgefragt melde ich mit der google daten an ihr seht wir sind hier angemeldet das heißt ihr gebt einfach eure google e mail adresse und das passwort ein also wer zum beispiel schon mal ein playstore was runtergeladen dann hat ja ein google account die meisten die am pc sitzen haben auch einen google account wenn ich auch stellt euch ein da kostet auch nichts beziehungsweise er kostet nichts geht relativ einfach ja und zwar ihr würdet jetzt hier als allererstes müsstet ihr euch eine neue wallet ausstellen das heißt ihr klickt auf wallet beziehungsweise ihr könnt auch etwas der sport hier oben wolle und wir haben schon eine beziehungsweise zwei wolle hinterlegt wir haben bei uns zwei hotspots am laufen das heißt ihr müsst euch als allererstes ein passwort ausstellen dann klicken einfach mal rein und da seht ihr hier wir haben zwei wolle jetzt wir haben einmal crypto stars und crypto stars 2 das heißt ihr könntet euch jetzt hier eine neue wallet ausstellen ihr müsst euch auch eine neue wallet ausstellen oder ihr könnt auch eine bestehende kathena wollte hier integrieren das geht natürlich auch genau wir es wünschen einfach mal auf die wolle drauf und ihr würdet dann dementsprechend hier auf join the beta group gehen ihr klickt hier auf enter in unserem fall ist es halt eben so wir haben schon eine lizenz ja und wir haben auch dementsprechenden hotspot hinterlegt das heißt ihr würdet jetzt hier ihr müsstet auf eure kathena überweisen das heißt hinschicken ganz wichtig ist halt eben auch die chain 0 kathena besteht der aus mehreren chains also solche transaktionen immer auf die chain 0 auf den anderen chains sind zum beispiel nfc sowas hinterlegt schickt euch das dahin also ihr seht hier der lizenzpreis sind aktuell 150 dollar ja das bedeutet 162 kathena das heißt mit gebühren brauchte da 170 kathena ungefähr um die lizenz zu bekommen ja ihr könnt halt dementsprechend dass hier um diesen diesen in dieser übersicht dann dementsprechend kaufen und ihr werdet dann dementsprechend auch nach eurem persönlichen code den ihr von krank von der ok bekommt und auch von dem smb code müsste dann dementsprechend eingeben dann habt ihr dementsprechend die lizenz drin und ihr müsst dann zum schluss auch noch mal das denken das zeige ich euch auch letztendlich gleich und wichtig ist wenn ihr in den in der übersicht zeit wie zum beispiel hier die gateways also wenn ihr wenn ihr dann dementsprechend eure wollte hier drin habt also ihr braucht pro meiner braucht ihr eine wallet also immer eine wallet eine lizenz ein meiner 3 x 1 regel bei crank dann seht ihr bei gateway gateway weil das gateway ist noch nicht da und wie ihr das geht wer auch geld wer die findet zeige ich euch natürlich auch gleich also wie gesagt wenn du bis dahin fragen habt lasst einfach einen kommentar dazu da das ganze ist etwas komplexer wenn man das zum ersten mal macht ansonsten eigentlich nicht all so wie es genau also wir haben jetzt auf jeden fall über uns die liste angemeldet das bedeutet wir haben jetzt von krank den trocken bekommen wir haben den smb code bekommt dem uns aus den discords gezogen haben und oder hier wie gesagt falls alle strecke reisen beziehungsweise ihr euch den kompletten fertigen mann kaufen wollt m chairman ich packe euch wie gesagt den link in die beschreibung rein könnt ihr auch im fixen fertigen mann kaufen wie gesagt das ist doch offizielle deutsche crank partner ja gute jungs da könnt ihr auf jeden fall auch viele informationen nach aussagen ihr kriegt auch viele informationen guckt euch einfach mal ein genau wir haben das jetzt dementsprechend getan wie gesagt ich habe gesagt ihr müsst euch kadenas hin überweisen mindestens 150 us-dollar plus noch mal extra die für das taking müsste machen ansonsten funktioniert das letztendlich nicht so als nächstes ist es so den onboarding leitfaden das heißt es gibt ja unterschiedliche hotspots die geantwortet werden können wenn man zum beispiel hier mal schauen haben wir hier irgendwo ein fahrplan nee das ist nur die roadmap letztendlich so crank status seite das interessiert uns hier nicht ganz kurz gucken wo die anleitungen jetzt hier hinterlegt sind ich muss mal schauen wie kann ich meinen crank im netz wie gesagt ihr seht ja hier es ist ja alles mögliche dokumentiert komischerweise im englischen finde ich es immer sofort gucken wir einfach mal downloads kommen auch gleich dazu beziehungsweise geizt dauert schon ein bisschen länger beim laden na lois das ist immer wenn ich so ein video mache und dann hängt immer alles hier ich finde das absolut schrecklich vorhin im test hat es natürlich funktioniert da gucken wir ganz einfach noch mal hier wir gehen einfach noch mal hier auf die startseite so gucken ob man das dementsprechend angezeigt bekommen genau da machen wir das anders da gehen wir erstmal auf downloads also das ist ganz ganz wichtig ihr müsst euch das runterladen das bedeutet ihr holt euch eine micro sd karte ihr braucht eine mindestens 64 gigabit karte kostet bei amazon keine ahnung günstiger oder irgendwas in der richtung da würde ich aber auch empfehlen euch eine karte zu holen die ich sage mal etwas größer ist vom speicherplatz her ist euch selbst überlassen was macht mindestens 64 gig muss die haben ja und dann könnt ihr die karte flashen das geht relativ einfach ihr ladet euch das image runter das ist das hier oder für nebra findet ihr natürlich auch ein anderes image so danach ladet ihr euch eine kleine software runter die heißt belana etcher und da ist es halt ebenso ihr geht hier flash vom pfeil ihr klickt hier drauf ihr geht in das download verzeichnis wo ihr euch die datei runtergeladen habt select target also ich habe jetzt die keine sd karte dran mit dem stick oder irgendwas ihr müsst natürlich mit einem stick die sd karte mit eurem rechner verbinden dann wird die hier angezeigt als wird dann gemacht und dann klickt ihr auf flash und dann dauert es je nach schreibt und lesegeschwindigkeit eure sd karte ich sag mal so zehn minuten hat es bei uns gedauert und dann war die sd karte letztendlich auch fertig ja das heißt das ging relativ fix das müsst auf jeden fall machen wie gesagt einzelanleitung findet ihr dazu auch den auf der crank seite wie das funktioniert ist eigentlich auch easy going im normalfall na dann braucht ihr noch den windows installer das bedeutet ihr müsst ihr auf windows noch auf maschine zugreifen kommt darauf an dass sie jetzt benutzt ob jetzt windows benutzt oder ob jetzt bei schmack habt für linux für linux gibt es nochmals ja wir haben es mit windows installer gemacht zeigt euch auch gleich jetzt müssen wir mal gucken ob man hier genau geiz gehen einfach mal auf onboarding full hotspot das bedeutet ihr seht hier welche full hotspots da dementsprechend geflasht werden können beziehungsweise in diesen anleitung steht wirklich drin wie das funktioniert also hier oben auf geiz wir gucken einfach mal in den sense cap m1 rein das ist verhältnismäßig noch leicht sage ich jetzt mal ihr seht in diesen anleitung was ihr letztendlich braucht also ihr braucht einen schraubendreher ihr braucht eine pinzette und hier noch mal die geschichte zum flashen das heißt die micro sd karte mit der software und gucken uns das mal an hier ist es dementsprechend so ich zeige euch das mal ganz kurz haben wir das auch gemacht ihr schraubt auch ins handscap vorne auf das heißt hier sind zwei schrauben dran und hier sitzt die micro sd karte die pinzette ist mit dabei das kann ich euch gleich sagen ich weiß gar nicht ob sie gezeigt wird die pinzette ist mit dabei war über dieser sd karte noch mal ein klebestreifen sitzt das heißt wir haben es mit der pinzette nicht hinbekommen deswegen haben wir sechs schrauben von unten gelöst von unseren sense cap meiner also quasi das ganze bord rausgenommen dann haben wir gesehen okay alles klar dass der klebestreifen klebestreifen ab neue sd karte rein die geflasht habt steht auch hier noch mal eine anleitung drin wie ihr die flächen müsst ja und dann die sd karte wieder rein und dann hat das ganze auch schon funktioniert ihr müsst dann auch dementsprechend euren hotspot zwei drei minuten geben dass er richtig hoch fährt ja und dann ist das gerät eigentlich schon soweit einsatzbereit also ihr seht halt dementsprechend auch die ganz für unterschiedliche hotspots es geht ja nicht nur sense cap wir haben jetzt zum beispiel auch unseren piscas umgestellt da steht einer anderen lokation seht ihr hier das war etwas komplexer das ding auseinander zu schrauben sage ich jetzt mal beziehungsweise wir haben es dann anders gemacht wie in der beschreibung aber wie gesagt es wird hier überall beschrieben wie ihr das letztendlich machen können also bei uns im piscas war das so gewesen dass die sd karte also hier ist quasi der auf der seite ist der anschluss das loch waren und die sd karte sitzt hier ich weiß nicht ob meine maus sieht und wir haben das bord nicht rausgeschraubt gekriegt aber hier vorne ist noch mal eine schraube drauf wir haben die schraube beziehungsweise ja es ist eine größere schraube ich glaube 17er oder irgendwas in der richtung die haben aufgeschraubt und konnten dann halt eben mit einer spitzzange die sd karte rausnehmen müsste vorsichtig sein damit ja auch die sd karte nicht kaputt macht das sieht dann so aus und hier wird auch noch mal erklärt wie ihr letztendlich das flashen könnt ja wir haben jetzt quasi das gemacht wie gesagt dadurch dass es so viele hotspots gibt es die kompatibel sind wollen wir jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen ihr müsst halt eben selber sehen es gibt natürlich auch noch die light hotspots wie zum beispiel beim match match x m2 pro da geht das natürlich noch einfacher das heißt hier brauchte nichts anderes tun wie ein eintrag zum beispiel zu machen ja ihr seht zum beispiel hier die indora gateway eintragen bei match x das heißt hier muss man nicht großartig mit einer sd karte umflaschen da reinstecken und so weiter und so fort das geht einfach aber wie gesagt ihr müsst halt eben selber schauen um welcher euch ist ja nachdem ihr jetzt sozusagen euren euren hotspot die sd karte reingemacht hat lasst den hochfahren dauert ein bisschen lasst ihm mal zwei drei minuten zeit dann findet ihr den dementsprechend auch und dazu brauchte die software findet ihr dementsprechend oder downloads das heißt ihr geht dann hier auf den windows installer oder je nachdem oder wenn ihr mac nutzt auf dem mac installer das ganze sieht dann dementsprechend so aus ja das heißt ssh login ihr seht eure passwort authentifikation das ist die ip adresse und da ist es so ich habe euch dazu mal ein screenshot gemacht bei uns ist das so das gerät zeigt sich im system als raspberry ist dann raspberry drin na ihr seht die ipv4 adresse wir haben dem hotspot eine feste adresse zugewiesen das bedeutet da zieht die sich immer wieder und ihr seht hier auch noch mal die geräte information das ist mehr oder mehr die mac adresse brauchen wir auch gleich noch mal wie gesagt die ip adresse braucht ihr seht ihr hier die 8.38 guck mal auch gleich noch mal punkt 38 22 crank und das passwort das ist überall gleich das wird euch dementsprechend auch in den ganzen anleitung noch mal angezeigt so wenn jetzt bei euch alles richtig gelaufen ist klickt ihr hier auf connect das heißt da führt jetzt ein connect quasi durch und dann sieht das so aus das wird bei euch anfangs nicht so aussehen sondern ihr müsst dann erstmal den docker aktivieren ja danach könnt ihr helium aktivieren und dann müsste auch das lohrer waren angehen ja also wenn euer hotspot also die helium funktionalität bleibt ja weiterhin bestehen wenn ihr hier unten die paket also beziehungsweise die häkchen alle reinsetzt das heißt der docker muss aktiv sein helium läuft dann mit könnt ihr hier an starten und auch das lohrer waren muss aktiv sein das könnt ihr einstellen beim ersten mal dann funktioniert das auch ihr werdet wahrscheinlich hier kein modell drin sehen das heißt ihr sucht euch hier dementsprechend das modell aus was ihr quasi gerade benutzt und dann steht dann hier unten install crank das heißt häkchen rein hier überall docker aktivieren helium aktivieren lohrer man aktivieren hier häkchen reinsetzen und dann dementsprechend hier unten steht dann install crank und reinstall crank dauert auch noch mal fünf minuten dann ist das gerät auch fertig das heißt dann ist quasi die crank software auf dem gerät installiert und helium läuft trotzdem weiterhin mit das heißt im helium bereich wie gesagt helium läuft ganz normal mit das heißt dann ist das dual mining aktiv ihr könnt ihr wird es als double mining bezeichnet ihr könnt auch ein dual mining draus machen beziehungsweise ist ein dual mining aber dabei mein ding wird es halt eben bezeichnet also wie gesagt wenn das machen wollt alle vier häkchen rein dann halt eben eure modell auswählen install crank und dann sieht das irgendwann so aus wenn es fertig ist hier ist ganz ganz wichtig eure gateway ja das ist so ein thema das brauchte ich brauchte definitiv die gateway die die da macht die kopierte euch raus naja und das habe ich euch ja hier schon gezeigt die gateway die wird dann hier angezeigt aber nicht beim ersten start das heißt wenn die wird uns dashboard reingeht steht dann hier gateway ihr klickt drauf und gibt dann hier eure gateway die ein ja und dann wird halt eben eure wallet mit eurem gateway verbunden ja dann habt ihr quasi eure wallet mit eurem hotspot gepaart und dann werden auch dementsprechend die werte hier angezeigt das bedeutet ihr seht dann halt eben auch wie viel krank ihr drauf hat wie viel kadena und so weiter und so fort ja dann hat das soweit funktioniert wenn ihr schon in dem status letztendlich seit bevor wir noch mal direkt auf das local dashboard von dem gerät drauf gehen noch mal zu der thematik das decken also ihr habt ihr quasi dann euer gateway drin stehen bei uns sind zwei seht ihr hier wundert euch nicht wenn hier zum start eine null prozent dasteht das ist ganz normal unserer sense cap m1 aus der alpha kuba 82 prozent da läuft auch schon fünf monate den hamburg den piscuits haben wir jetzt ganz neu in betrieb genommen wenn ihr dann hier drauf geht auf actions dann seht ihr hier oben den proof of trust ja wie klickt dann einfach mal drauf und hier bei dem proof of trust ist es so dass ihr dementsprechend hier 194,6 crank hinterlegen müsst das ist quasi das staking steckt ihr das nicht kriegt ihr nur 0,0002 crank pro intervall also alle vier stunden dann macht das auch letztendlich keinen sinn also wie gesagt hier müsst ihr definitiv die ganzen crank letztendlich hinterlegen unter 94,6 und dann funktioniert das auch ihr habt eine eine lockperiode das heißt ihr könnt euch das rausnehmen nach einem monat aber wenn ihr euch die cranktoken rausnehmen dann ist das mein ding nicht mal so gegeben da kriegt ihr wieder 0,0002 das ganze gilt für ein jahr das heißt ihr habt aber wie gesagt nach einem monat die möglichkeit dass sie da rauszuziehen die cranktoken falls ihr euch überlegt hat jedoch nicht mehr teilzunehmen die cranktoken dann umzuwandeln wie auch immer dann könnt ihr dann dementsprechend hier auch machen aber damit es richtig funktioniert cranktoken staken und mehr ist es letztendlich auch nicht ja wie kommt ihr jetzt zum beispiel von cardena an cranktoken ran eigentlich eine relativ einfache geschichte ihr habt ihr eine exchange das heißt wenn ihr mit eurem wallet verbunden seid habt ihr da ja noch ein paar cardenas drauf wie ich es ja vorhin gesagt habe und die cardena könnt ihr hier dementsprechend umtauschen das bedeutet ihr habt hier die möglichkeit zum beispiel zu kaufen ja das heißt ihr auf der seite könnt ihr kaufen ihr gebt zum beispiel an den cardena preis das heißt wenn ihr zum beispiel also wichtig ist das sind so die preise für ankaufen und für den verkauf ich setze immer beim ankaufen und verkaufen den mittelwert also 0,54 das bedeutet wenn ihr zum beispiel gebraucht wollen wir mal gucken wie das wir haben jetzt 52 so und wir brauchen crank wie viel brauchen 196 ok also ihr setzt hier den preis 0,54 hat man gesagt und wir brauchen die 196 kadena brauchen wir das heißt das sind 105 kadena die haben wir natürlich nicht mehr auf der wolle ganz klar ja dann funktioniert das dementsprechend auch nicht wenn wir jetzt mal von ausgehen wir wollen einfach mal 100 krank kaufen brauchen wir 400 beziehungsweise 54 kadena wir haben da 52 drauf deswegen geht das jetzt nicht und dann könnten wir auf bei crank gehen also wie gesagt ihr braucht dann ungefähr wenn man 0,45 was hat man gesagt wir brauchen 196 crank zum stecken da braucht man 105,84 kadena rechnet dann noch mal ein bisschen transaktion gebühren mit rein mit den 105 kadena was sie umgerechnet aktuell so um die 100 euro sind wenn mich nicht alles täuscht geht ihr dann hier auf bei crank dann dauert das zwei drei minuten und dann sind auch die crank token bei euch auf der wolle drauf und dann könnt ihr dementsprechend auf eurer gateway gehen dann auch hier drauf klicken und dann hier auf proof of trust und dann könnt ihr dementsprechend hier in dem feld die crank token hinterlegen ja wir sind schon über der zeit wir haben jetzt 24 minuten gelabert wir gucken uns jetzt zum schluss noch mal das crank local dashboard an das gibt es natürlich auch also nach denen wenn ihr wirklich wenn alles funktioniert habt und dann könnt ihr euren hotspot im browser aufrufen das ganze sieht dann so aus und zwar gebt ihr dann eure ip adresse ein hatte ich euch ja schon mal gezeigt das ist ja in unserem fall die 38 ok wir gehen einfach mal hier raus ihr seht hier 192.168.178.38 ihr macht dann doppelpunkt dahinter und geht dann 1 17 0 80 ich zeige euch das mal wie das browser aussieht ich mache euch da mal kurz ein screen dazu so genau so sieht man das jetzt auch noch mal richtig das müssen größer und zwar 192.168.178.8 da ist unsere ip adresse kann natürlich bei euch anders sein dann macht den doppelpunkt 17 0 80 das ist quasi das port und dann bekommt ihr eine anmelde schablone ja und in die an in der anmelde schablone gebe dir einmal ein admin als benutzernamen und als passwort sind die letzten sechs stellen auch mac adresse das bedeutet wir sind ja hier mit dem kabel angeschlossen hier ist unsere mac adresse 70 75 96 das heißt das passwort ist 70 75 96 das findet ihr auch in diversen anleitungen da steht das noch mal drin und dass da kommt ihr halt eben direkt auf ihr local dashboard drauf ihr könntet jetzt zum beispiel euren hotspot eine wifi konfiguration durchführen machen wir dementsprechend nicht das gerät hier ist mit dem kabel angebunden ihr seht hier dementsprechend die netzwerke die wir im system haben dann sieht hier auf radio zum beispiel was die kisten machen ihr seht hier die helium aktivität ihr seht die crank aktivität hier nochmal aufgelistet das heißt der hotspot funktioniert hier seht ihr auch nochmal dementsprechend die blockchain aktivitäten das heißt was hat die blockchain gemacht hat die jetzt mit crank kommuniziert hatten bieten hat die mit helium et cetera pp könnt ihr alles nachvollziehen ja wie gesagt es gibt da noch ein paar einstellungsgeschichten ein bisschen klarer ist die maximum radio locks und viel mehr kann man hier letztendlich auch nicht machen das haben wir natürlich auch standort gelassen aber wie gesagt hier auf der seite findet ihr letztendlich alles ja wir sind jetzt schon bei minute 26 fast 27 ich würde sagen das soll es jetzt erstmal dazu gewesen sein ist eigentlich schon viel zu lang ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen falls noch irgendwelche fragen am start haben solltet lasst einfach einen kommentar da aber ich denke mal wir haben im groben und ganzen alles erklärt wie das funktioniert ja von daher ich wünsche euch noch einen schönen resttag schönes wochenende wenn es soweit ist bis später